einen wunderschönen da bin ich auch schon wieder euer odin und ich begrüße euch zu einem neuen angezockt diesmal highfiver ich bin mal gespannt wie es ich habe jetzt schon gerade sagen habe keinen ton das noch mal laut wie man nur die musik übernehmen mitwirkende spielen also wir sollen jetzt post aus ausliefern oder was ich mich ein bisschen an wenn wir jetzt die post ausliefern sein am paperboy kennt das noch von damals paperboy die briefe sind weg und sie sollen sein alles klar wir können mit steuerkreuz links und rechts machen wir können aber mit analog stick links und rechts machen rechte analog stick macht nichts dann machen wir eine rolle und da springen wir also kommt ihr sowieso alle da klärt ok ja 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 Hm? Ah fuck Falscher Knopf Okay, eins abgestoßen K Bye Surtout Du Uh Gut Surtout Ist er noch nicht so? Ist er noch nicht so? Ach so, wir müssen das dann. Ach ey, jetzt wollte sie mich verarschen. Oh Gott. Und ich bin es. Ich bin es. Ich hasse ich versage schon beim tutorial oder was ich frage mich wie früher so jump and run dinger spielen konnte zu doof dafür ok die pieken mich ich hab sie schafft oder oben war noch was mist ich 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 Boah, leck mich doch. Aber langsam komme ich dahinter. Boah, leck mich doch. Boah, ihr schafft, zwei von zwei. Aber langsam geht's. Oh, fuck. Mist. Oh, wieso rutscht der denn so? Oh, scheiße. Oh, ja. 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 Boah, ja. Oh, ja. ah scheiße mist so enough here ok Okay. Sollte bin ich auch wieder nicht ey, scheiße. Wie fährt der vorne dir aber? Okay. Okay. Ah, die Namen, wang. Okay. Mist. Oh ja, ist klar. Oh, fuck. Okay. 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 Ich komme mit dem Pusten immer noch nicht klar, weil man kann. Okay. 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 Wir kommen nicht hoch. Ja. Jetzt komme ich hoch. ich komme nicht ich komme nicht ich weiß nicht irgendwie komme ich nicht hoch kann aber auch hier eine tür rin gehen um eine verstärkung zu kriegen oder so ihr wisst im prinzip früher habe ich nur jump in one gespielt jetzt bin ich zu blöde dafür oder was und er reagiert ja auch manchmal nicht wirklich ich mache nach ich drücke jetzt nach vorne jetzt macht das nach vorne eben gleich nach vorne drückt ach jetzt kommen wir auch immer weiter und da hat er aber nicht ich wollte mich verarschen ich habe genauso gemacht wie eben nach vorne gedrückt jetzt macht er es wieder jetzt haben wir wenigstens das level noch geschafft aber nur einen brief geholt ist ein bisschen armselig ich habe eine katze also das ist eine darunter falle ja manchmal macht das so wie er soll und manchmal aber jetzt haben wir den auch eingesammelt ja ich sehe das ist wieder so ein ding jetzt hat er gemacht jetzt wieder nicht mal macht das so wie er soll also dass er praktisch nach vorne ich drücke nach vorne und er macht nach vorne und mal macht aber auch nur analog stick liegen ich habe die ganze zeit mit analog stick gespürt also mit analog stick geht es doch ein stück besser auch wieder nur an der seite stück reingekommen ist normal da oben ist ein brief scheiße ja aber wir haben es geschafft das wäre so ein spiel wo ich mir kein platin hole ich weiß ja nicht mal ob es platin hat wir müssen mal gucken das interessiert ja auch immer viele hatte platin hat es kein platin es hat platin 100 prozent abschluss also so ein spiel das wäre so ein spiel wo ich mir auf jeden fall nicht platin holen werde so aber jetzt mache ich wirklich einen schlussstrich ich meckere die ganze zeit über das spiel rum trotzdem aber ich schlussstrich ich bin ja 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 Falschen Knopf gedrückt ihr habt. Oh fuck. Jetzt haben wir einen. Jetzt haben wir einen. Ah, der eins hat neu geführt. Hoppala. Hoppala. Mist. Oh fuck. Oh fuck. Oh shit. Ach, immer reicht. Oh fuck. Jetzt habe ich hier wenigstens Tag 7. Eine Woche haben wir schon abgeschlossen. Gut. 274 Briefes insgesamt zu holen. So, wir haben eine Woche abgeschlossen. Jetzt soll es aber wirklich gewesen sein. Ich werde hier, wie gesagt, kein Indruck, kein Auto machen. Ich lade so hoch, wie ich sie gesehen habe. HDR hat es logischerweise nicht. Es ist schwer. Steuert lieber mit Steuerkreuz, nicht mit Analog-Stick. Da ist man dann etwas genauer. Da hat es dann bei mir auch besser geklappt. Dann geht die Steuerung auch in Ordnung. Da ist es halt ein Jump and Run. Was soll man da großartig sagen? Hier sammeln wir Briefe. Kennen wir vom Frühjahr. Süß gemacht. Wie mit dem Pupsen oder was das ist. Nicht schlecht. Aber trotzdem. Ich bin jetzt weg. Wenn es euch gefallen hat. Däumchen wäre ein Träumchen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ahoi. Sagt euer Odin.